Hallo zusammen, das ist die Seite vom Forum der Young Global Leaders, der jungen globalen Führungspersönlichkeiten von Klaus Schwab's Weltwirtschaftsforum WEF. Es handelt sich dabei um ein Forum, ein Ausbildungsprogramm für Hoffnungsträger der Zukunft, wie sie sagen, also für Führungspersönlichkeiten von morgen, um die Welt zu einem besseren Platz zu machen, wie sie hier berichten. Insgesamt haben sie 1400 Mitglieder und ehemalige Mitglieder. Ein einzelner Jahrgang, der gerade ausgebildet wird, besteht meist so zwischen 100 und 200 Mitgliedern. Dabei handelt es sich um ein Ausbildungsprogramm, was besteht aus Vorträgen, hochkarätigen Vorträgen an namhaften Universitäten, welches besteht aus Workshops mit aktuellen Teilnehmern und ehemaligen Teilnehmern, durch laufenden Teilnehmern, allesamt hochkarätige Personen in Politik, in Wirtschaft, in Kultur, an Machtpositionen, Premierminister, Weltwirtschaftsmanager auf höchstem Niveau, Bundesbankchefs etc. Das heißt, es handelt sich für die Teilnehmer um eine einmalige Gelegenheit, sowohl ein Ausbildungsprogramm für künftige Machtpositionen und Optionen, aber vor allem um ein hervorragendes Netzwerk, wie es sonst nur wenige solche Machtnetzwerke gibt. Für diejenigen, die solche Netzwerke initiieren, verwalten und finanzieren, ist es natürlich wiederum eine ausgezeichnete Möglichkeit, Führungspersönlichkeiten von morgen, sagen wir mal, zu prägen, ihnen Machtoptionen zu geben und langfristige Bereitschaft für Rückmeldungen, für Verpflichtungen zu schaffen. Und von Schwab, von diesem Young Global Leaders, WEF, das ist eines der berühmtesten solchen Young Global Leaders oder Young Leaders Ausbildungsprogramme. Es gibt noch andere NGOs, die solche Programme betreiben, aber das ist das bekannteste. Hier gibt es beispielsweise ein Interview in der Wirtschaftswoche, habe ich euch unten verlinkt, von einer Anwältin, die aktuell dieses Netzwerk gerade besucht, die ausgewählt wurde. Ja, das handelt sich natürlich um eine Auswahl, die intransparent ist und die auch undemokratisch ist. Und da wird man ausgewählt und dann darf man an diesem Netzwerk- und Ausbildungsprogramm teilnehmen und sie schwärmt davon, wie wunderbar das ist, welche Möglichkeiten man hat, wie man sich vorstellen kann, berühmten Personen, wie man natürlich Kontakte knüpfen kann, wie man sie sonst nicht könnte. Für solche Personen sind also Machtoptionen nicht gegeben durch Demokratie, durch Wahl oder durch Bekanntheit, sondern das sind sekundäre Effekte. Primär sind für sie Machtverbindungen durch Netzwerke zu diesen Personen, die das durchlaufen haben. So, und eine aktuelle Teilnehmerin, eine aktuelle Teilnehmerin dieses Ausbildungsprogramms vom Weltwirtschaftsforum ist Annalena Baerbock. Richtig, Annalena Baerbock, die aktuell doch Außenministerin ist, ist trotzdem momentan Teilnehmerin eines dieser Ausbildungsprogramme Jahrgang 2020. Das geht etwa fünf Jahre immer, so ein Ausbildungsprogramm. Sie ist gerade Teilnehmerin, aktiv, nimmt sie teil an verschiedenen Vorträgen, als Zuhörerin an Workshops, bildet Netzwerke mit Reichen und Bekannten, die das schon durchlaufen haben, wobei sie gerade auch noch Außenministerin unseres Landes ist. Ganz interessant zu wissen, denke ich vor allem für alle, die noch an die Macht des Volkes glauben. Aber Annalena Baerbock ist auch nicht die einzige. In der Vergangenheit gab es andere namhafte, große, bekannte Namen, die daran teilgenommen haben und die dieses Netzwerk durchlaufen haben, viele Jahre bevor sie bekannt wurden und namhaft wurden. Und dafür haben wir hier die Seite von einem PDF vom WEF selber, habe ich euch unten verlinkt. 1971 bis 2010, the first 40 years, a partner in shaping history. Und da gibt es eine Person, die wollen wir mal googeln, Angela Merkel. Angela Merkel war gleich in der allerersten Klasse von Global Leaders for Tomorrow. Damals hieß das Global Leaders for Tomorrow. Heute nennen sie es The Forum of Young Global Leaders. Ist aber dasselbe. 1992 wurde es gegründet. 200 Personen wurden eingeladen aus der ganzen Welt, in die man große Hoffnung hegte, dass sie in Zukunft Machtpositionen bekleiden könnten. Und es ist nicht nur, dass man die Hoffnung hegt, sondern man hilft ihnen natürlich auch. Diese Netzwerke helfen ihnen dabei enorm. Warum? Und welche Personen waren denn in dieser ersten Klasse dabei? Da haben wir beispielsweise José María Aznar, späterer Präsident von Spanien. Wir haben José Manuel Doroa Barroso, natürlich der Präsident von Portugal und EU-Chef. Und dann haben wir natürlich Anthony Blair, Premierminister von UK. Und Gordon Brown, auch späterer Premierminister, immer später, späterer Premierminister von UK. Und wir haben Angela Merkel. 1992. Die Frau war gerade erst aus DDR ins Kabinett von Kohl gekommen. War dort schon damals Ministerin, dann Bundesministerin für Jugend und Frauen. Aber trotzdem recht unbekannt. Die meisten Jugend- und Frauenminister werden danach nicht besonders bekannt. Werden sie aber, war gleich in diesem Ausbildungsprogramm 1992, 13 Jahre bevor sie Kanzlerin wurde. Nicolas Sarkozy, damals ein völlig unbekannter Assistant Secretary. Also nicht mal ein Minister, sondern nur ein Helfer eines Ministers, bei ihm 15 Jahre. 15 Jahre bevor er Präsident von Frankreich wurde. Und noch viele andere Persönlichkeiten, die erst Jahre oder sogar Jahrzehnte später zu großer Bekanntheit gelangt sind. Dazu gibt es auch hier eine wissenschaftliche Ausarbeitung vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Die Young Leaders Programme von Atlantikbrücke und Weltwirtschaftsforum. Und da haben wir eine Auflistung, wer denn alles so am Young Global Leaders Forum des WEF teilgenommen hat. Annalena Baerbock, aktuelle Teilnehmerin, wie gesagt. Barroso, Blair, Cameron, Leonardo DiCaprio, Roger Federer. Ja, die haben alle möglichen Bereiche, nicht nur Politik unter sich. Jack Ma, Alibaba-Chef, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Larry Page, Nicolas Sarkozy, Jens Spahn. Nicht alle davon waren Teilnehmer, als sie noch relativ unbekannt waren oder nicht in höchsten Machtpositionen waren. Ja, manche von denen, wie Larry Page, hatten schon ein Millionen- oder Milliardenunternehmen, aber noch weit entfernt von der Bedeutung, die sie heute haben. Und dann wurden sie in dieses Young Global Leaders Forum aufgenommen. Es gibt noch eine andere Organisation, andere NGO, die ebenfalls vielleicht die zweitbekannteste überhaupt für ihr Young Leaders Programm. Das ist die Atlantikbrücke in Deutschland, die sich spezialisiert hat auf US-Interessen in Deutschland. Und Absolventen von deren Young Leaders Programm sind beispielsweise zu Guttenberg oder Klaus Kleber, Moderator vom Heute-Journal ZDF, Julia Klöckner oder Thomas de Maizière, ebenfalls Angela Merkel, Omid Nouripour, der auch heute im Vorstand der Atlantikbrücke ist, Cem Özdemir, Marcus Söder, Jens Spahn, Jens Weidmann, ehemaliger Bundesbankchef und viele weitere bekannte Namen. Aktueller Vorsitzender der Atlantikbrücke ist übrigens Sigmar Gabriel. Gabriel ehemaliger Vorsitzender ist Friedrich Merz. So, ihr seht also, wir haben es mit Ausbildungsprogrammen für junge Talente zu tun. Nicht alle von denen kommen in die höchsten Positionen, aber sehr viele davon kommen in höchste Positionen, entweder in Politik, sodass ihr sie kennt, oder auch in Wirtschaft, auch in ihren Branchen, sodass man sie nicht unbedingt kennt. Aber sie sind erstens für immer dankbar natürlich, dass sie durch diese hervorragenden Netzwerke zu diesen Positionen kamen. Und sie sind diesem Young Global Netzwerk, beziehungsweise dem WEF, durchaus auch verpflichtet. Ich möchte euch das zeigen am Beispiel von Angela Merkel, die ja in der ersten Klasse war. Als sie dann 13 Jahre später Bundeskanzlerin wird, so schreibt der WEF selber ganz stolz, am 15. November 2005, das ist eine Woche bevor sie zur Kanzlerin gewählt wird vom Bundestag, aber die Wahl hatte die CDU schon gewonnen. Am 15. November 2005, nachdem sie ihr Kabinett schon vorgestellt hat, aber wie gesagt noch nicht gewählt ist, hat sie direkt eine Delegation vom WEF-Forum bei sich im Kanzleramt empfangen, um die zukünftige Innen- und Außenpolitik verschiedener Reformen, sowie allgemein die Politik ihrer Kanzlerschaft mit ihnen zu diskutieren und ihnen vorzustellen. In einem Privatmeeting mit einer Delegation von Klaus Schwab. Also das heißt, diese Verpflichtung geht weit über die Ausbildung in den Young Global Leaders hinaus. Die Recherche dazu erweist sich manchmal als ziemlich schwierig. Und zwar deswegen, weil es viele, ob absichtlich oder unabsichtlich, gestreute Falschinformationen über das Young Global Leaders Netzwerk gibt. Beispielsweise könnt ihr lesen, dass Wladimir Putin auch Teilnehmer wäre oder Hassan Rouhani, der ehemalige Präsident der Islamischen Republik Iran, ebenfalls ein Teilnehmer wäre. Das stimmt nicht. Die waren dort nur auf Konferenzen, haben einen Vortrag gehalten, eine Diskussion und dann waren sie wieder weg. Aber das waren nicht Auszubildende, die deren Ausbildungsprogramm mehrere Jahre lang durchlaufen haben. Das stimmt nicht. Das haben aber Annalena Baerbock und Angela Merkel. Das zum Thema. Alle Macht geht vom Volke aus und Demokratie sowie die Bedeutung von Wahlen, die für sie nur eine Fassade sind. Wir haben es tatsächlich im Westen zu tun mit einer Plutokratie von Milliardären, die sich ihre Führungspositionen schnell und früh auswählen, die sie besetzen, beeinflussen, sie unterstützen, sie im Netzwerk verbinden und denen die ewige Treue auch dadurch verpflichtet wird. Wahlen und Abstimmungen sowie was ihr davon haltet, kommt ganz unten im Ranking und hat keine wesentliche Bedeutung für den Verlauf der Machtverhältnisse in diesem Teil der Welt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.